Liebe Schwestern und liebe Brüder, ganz herzlich möchte ich alle einladen, am nächsten Sonntag, den 7. August, hier nach Kömpel zur Kapelle, wo wir miteinander um 11 Uhr den Open-Air-Gottesdienst feiern. Wir werden miteinander singen und beten und anschließend sind alle ganz herzlich eingeladen, bei einem kalten Getränk oder bei den Waffeln, die uns die Mästiner backen werden, noch ein wenig zu verweilen und Gemeinschaft miteinander zu erleben. An diesem Sonntag schenkt uns Jesus Christus ganz wunderbare Texte, ganz wunderbare Worte, die er uns sagt. Die bleiben im Herzen und die gehen zu Herzen und in unsere Gedanken. Zwei davon sind mir ganz besonders wichtig. Zum einen sagt Jesus, lasst eure Lampen brennen. Das heißt, macht nicht zu schnell das Licht aus, macht nicht zu schnell die Tür zu, verschließt nicht zu schnell euer Herz. Der zweite Satz, den uns Jesus mit auf den Weg gibt, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Wir können miteinander überlegen, was ist uns wichtig? Wo hängen wir unser Herz ran? Was sind die Dinge, die wir gerne unter den Segen Gottes stellen möchten? Ich freue mich, wenn wir uns sehen am kommenden Sonntag. Bis dahin alles Gute und Gottes Segen.